... ... ... ... ... ... ... Hallo YouTube und die ganze Welt und all diesen bevölkern! Mein Name ist Helix und Morph oder Lukas oder Filzi, nett nicht wie ihr wollt! Und heute sind wir hier bei Electronic Superjoy! Klick! Das ist ein kleines Indie-Plattformer-Game und ich habe es bei Marketflyer gesehen und ich dachte, es sieht so bescheuert aus und die Schicht drumrum ist so... Na, komm, die 3 Euro bei Steam ist es wert, also ne, geben wir dem Ganzen jetzt mal eine Chance. Ich bin sehr gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Ich pick jetzt einfach mal, ich verfolge mir jetzt mal der Order und drücke mal Klick. WARNING! Make us cheesy! Also, motion sickness, tons of crude language, pixelated violence and murder, sexual content and blasphemy Ich freue mich auf sexuellen concepts und die blasphemie, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber es wird garantiert super! Also, es ist hier ein super Menü mit ganz viel Level, man sieht schon hier zwei, drei, vier, vier Welten und Bonus-Content. Ach du dir, was mag auch das sein? Ich hab keine Ahnung. Hot Sticky Mess und da sind wir jetzt wieder bei World One. So, ich wills auch nicht lange um heißen Brei rumreden, ich hoffe mal die Einstellungen sind so geblieben, wie ichs eben schon gemacht habe. Ich hab's schon mal ein bisschen getestet. You lost an arm, in the disco wars of 1515. You lost an eye, in the war of rock and roll. You lost both legs, defeating DJ Deadly Skilts. And you lost your entire butt to an evil wizard. This is the story of your quest. To get revenge for your butt. Ach, ist das herrlich. So, eh eh eh. Yay, es hat funktioniert. Und nein, es ist nicht auf Z, weil ichs geändert habe. Ich hab den sexuellen Content gefunden. Hallo, wer bist du? Hallo! Oh, das ist aber nett. Like forever, yay! Spree! Bouncing is fun, we like you! You're groovy! Oh, oh! Oh, la la! Oh, yeah! We have something! A gift! Hey, für mich eine Waffe, was? BAT! 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 KLATCH! Arschklatschen! Moment mal, ich habe nur noch ein Arm, ein Auge, und keine Beine! Und keinen Arsch! Oh, ich kann Arschklatscher machen! Das ist schon mal geil! Oh, yeah! Wait! Can you hear that? Oh, no! I think he's mad again! You should go! Please go! Bye! Okay, bye! Kann ich schon? Nee! You will not be have responsible for any hearing impediments! Lass mich raten! Ich sterbe, wenn ich da dran springen, oder? Nö! Mein Kopf ist aus Stahl! Krupp Stahl! Nö! Nö! Duuuuut! Nice day! Ich will mich da runterschubsen! Das ist da! Hehehe! So Musik dabei! Ist da noch was? Hallo? Nö! Schade! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Join us! Dance! Oh, yeah! Groovy! Ich bin voll der Waldgott! Es wachsen Bäume, wenn ich hierher geh! Remember! X to smash! Auch wenn es nicht auf X ist, aber egal! Hallo Bäumchen! Hup! Oh, yeah! Hahaha! Jetzt machen wir noch fertig hier! Hup! 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 Oh man dollars... Irwie! Ah! Ich will da nicht rein! Ab in den Fengshuiados! Aha, es bewegt sich! Hilfe! Hör auf! Bleib stehen! Aaaaaaahhh! Neind! Nein! Schreck! Oh yeah! Nein! Wann tue ich denn? Ich muss auch hüppeln! Hup! Ja, oh yeah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ah, Hilfe, ah, nein, ah, kacke da, Hilfe, nein, nein, we, scheiße, also langsam. Ah, nein, ah, ah, bin da, we, ich will nicht respawn, ich will, ah, scheiße, ah, hilf, ah, ah, nein, kacke, voll, die kommt man ja aus, doch jetzt aber, doch, mach mal hinter da, mit der komischen Nin, nein, kack, Ninja, Hakenkreuze, na, kack, doch die Wand, nein, geh weg, na, wuh, Noch, ich lebe noch, ich lebe immer noch, nein, kacke, oh, la, 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 Hilfe, na, kacke, ey, ich brauche echt einen Controller für dieses Spiel, aber ich glaube, das funzt nicht mit Controller, aber ich weiß es auch nicht, ach, das war jetzt einfach nur so, ah, yeah, Ja, 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 komm, Checkpoint, Spatz, boah, ich bin unbesichtbar, Ja, man, Nein, man, Oh, yeah, da muss ich gar nicht hin, Oh, you touched my tralala, My dingdingdong, Oh, das Spiel war die 3 Euro so wert, Wee, 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 Nein, kacke, Oh, yeah, Die hätten mich nehmen sollen für diese, für diese Soundgeräusche, das wäre auch schön geworden, Hey, es hat mir geklappt, Ich muss einfach nur noch mehr Geräusche machen, wenn ich da durchgehe, Und in das, oh Gott, Aha, Ist das abartig. Also wenn du voller Wucht gegen eine Wand rennst und dann ganz langsam runterrutschst, dann solltest du echt Gedanken machen, dass entweder du oder die Wand verdammt Arzt hat. Oh Gott. Hilfe. Alter, ich sehe nichts. Nein. Das hätte fast geklappt. Ist das böse. Boah. Alter. Ja. Ich kann nicht oben her. Scheiße. Und da, da, da. Checkpoint. Ulala, Checkpoint. Oh Gott, verdammt. Scheiße. Ich hätte oben drauf stehen müssen. Na. Ah. 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 Da. Perfekt. Was auch immer ich da vorhat, aber ich wusste auch nicht, wie lange die Wand vorgehen. Das ist fadlich hier teilweise ein wenig schwierig zu determinieren. Ja, man muss ja auch ein bisschen schlau klingen, ne. Determinieren. Nicht rausfinden. Nein, determinieren. Ja. Checkpoint. Da kann ich hin. Ah. 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 Drei, zwei, eins. Wiii. Da, fuck. Wo soll ich das denn jetzt wissen, wie lange ich da muss? Ah. 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 So, jetzt aber besser. Drei, zwei, eins. Wiii. Ah. Checkpoint. Yay. Nein. Was? 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 Das ist... Ah. Scheiße. Da, da, wo muss ich hin? Ich habe absolut keine Ahnung. Ha. Ich habe den richtigen gefunden. Ich habe das richtige Loch getroffen. Ja. Moment mal. War ich hier nicht schon? Ah. Gottverdammt. Nein, die war ich noch nicht. Oh, yeah. Ah. Mein Stern. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ah, Gott. Checkpoint. Wurf und Schlüssel und... Ah. Da bin ich rein. Und da. Gottverdammt. Gehst du wohl weg, Mann. Komm mir nicht zu nahe. Checkpoint. Mein Checkpoint. Und da rin. Ja, gut. Oh, Gott. Bewegten. Alter. Da komme ich ja mal voll nicht drauf. Klar. Oh, yeah. Ey, diese Störngeräusche sind voll der erhöhte Schwierigkeitsgrad. Scheiße. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Also, ganz ehrlich. Respekt an die Leute, die dieses Spiel vertont haben. Ah, Gottverdammt. Ja, wäre der Speicherpunkt gewesen. Ah, yeah. Scheiße. Oh, nee. Scheiße. Özne. Özne. ÖH. Scheine. Kacke. Ah. Oh, Gott. Äh. Äh. Nein. Kack doch die Wand an. Ah. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Nein, nein. Ich hab's nicht mit Plattformen. Komm, Kackpfeile. Das gibt's doch nicht. Wee. So, jetzt aber. Ja, ja, verdammt. Oh Gott, das... Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist ja klebrig und nicht rutschig. Wee. Ähm. Ah, gut. Ja, ich versteh. Wee. Oh Gott, das war eine schlechte Idee. Oh yeah. Oh oh. Das war eine doch viel schlechtere Idee. Oh yeah. Es lasert mich tot, oder? Ja, natürlich. Oh Gott, verdammt. Wee. 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 Engage. Was machst du denn hier? Oh no. Missiles. Missiles. Ja. Oh no. Missiles. Missiles. Und. Jump in. Ah. Komm her durch. Wende durch. Ah. Hilfe. 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 Tschüssi. Oh nein. Mann. Warte. Ja. Oh Gott. Ich bin scheiße. Don't go down there, man. Wieso nicht? Wo runter? Komm, bist du gut? Nee. Ah. Gott verdammt. Seid ihr deppert. Dreht doch nicht einfach die Maps um. Na gut, dann hab ich den Stern halt nicht. Oh la la. Oh la la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Kacke. Was? Ich hab den noch kaputtesmashed. Ah Gott, die Steuerung. Oh la la. Ah. Smash euch alle kaputt. Auch euch. Und dich auch. Ah. Nein. Kacke. Oh la la. Oh la la. Deine Mama. Am Arsch. Auf Toast. Am Eintos. Ah. 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 Boah. Double Smash. Ah. Ja. Nein. Cool. Ist egal. Ich hab den Speicherpunkt. Oh yeah. Oh Gott. Wie soll das denn gehen? Ich hab keine Ahnen. Alter. Ah. Ich hab absolut keine Ahnen. Ah. Nein. Nein. Ich wollte nur drauf stehen bleiben. Ah. 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 Nein. Ja. Ha. Fickt euch. Am Arsch. Ich bin cool. Ah. Ha. Ha. Na. Alter. Das ist doch. Wieso fällt der uns schief? Da komm ich voll nicht drauf klar. Was soll der da unten bringen bitte? Ah. Ha. Ha. Ja. Ab ins Rektum. Wieso?